Für die Firma Güttler in Hof kommt im Alphabet gleich hinter G wie Güttler das K für Krone. Denn beide Firmen verbindet eine jahrzehntelange sehr enge Zusammenarbeit. Das gilt sowohl für Standardauflieger aus dem Emsland als auch für alle Logistik-Spezialitäten. Insbesondere für letztere, weil die gibt es nicht an jeder Straßenecke. Eines dieser Fahrzeugkonzepte ist ein im Werk Herzlake aufgebauter Hängerzug. Der Kunde kommt mit seinem Dreiachs-Motorwagen ins Werk. Dort kommt auf das Motorwagen-Chassis entweder ein Tragrahmen für Wechselsysteme oder eben ein Festaufbau wie hier bei Güttler. Güttler hat einen Megaaufbau, Schiebegardine mit drei Metern Innenhöhe und der Zentralachsanhänger hat natürlich den identischen Aufbau. Seht euch bitte dazu gerne die Details in unseren vorangegangenen Beiträgen bei KRONE TV an. Und das Sahnehäubchen bei diesem Güttlerzug ist, dass sowohl der Zentralachsanhänger als auch der Motorwagen eine Mitnahmestaplerhalterung haben. Die Idee dahinter, die Anlieferung zum Beispiel eines Gartenhäuschens direkt an der Bordsteinkante des Endkunden. Und zwar nur mit dem Solo-Motorwagen, weil in der Siedlung häufig der Platz für den kompletten Hängerzug fehlt. Der dafür erforderliche Mitnahmestapler findet auf der Strecke natürlich seinen Platz hinten am Zentralachsanhänger. Und kurz vor der Siedlung wird dann der Anhänger abgekoppelt, der Mitnahmestapler im Motorwagen fixiert und es geht ab Richtung Kunden. Okay, Auslieferungsjob erledigt. Ich baue jetzt die Hütte noch kurz auf und dann ist angrillen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.